Das Wissen der Spione Wir sind die Spione, die heimlich durchs Leben schleichen, unsichtbar, doch immer da, um Wissen zu erreichen. Doch für wen tun wir das? Wer ist unser Ziel? Und was wird aus unseren Informationen so fragil? Wir wissen nur, was man uns wissen lässt. Die Wahrheit bleibt oft im Dunkeln verhängt und verharrt als Test. Doch das Wissen der Spione ist unser treues Gut. Wir sammeln es sorgfältig, Tag für Tag und in jeder Flut. Wir schleichen uns ein in fremde Welten. Wir hören zu und lernen, was uns niemand sonst will erzählen. Und dennoch bleibt die Frage offen, wer ist der Empfänger? Wer will unser Wissen? Und wer wird unser Verräter? Wir sind die Spione, die still und unauffällig agieren. Wir bleiben verborgen und suchen nach neuen Bahnen, um Informationen zu integrieren. Doch wer wird uns schützen? Wer hütet unser Geheimnis, wenn unser Auftrag endet und unser Wissen zu Ende ist?